Was? 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 Digga, ich drehe sowas von durch, Digga. Wieder gestorben. Ja, let's go. Moin, Leute. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal ein besonderes Video und zwar die Solo-Cashka-Fileits vom letzten Mal. Und zwar das Besondere ist daran, dass ich absolut scheiße gespielt habe. Ich will einfach mal transparent sein und zeigen auch mal, dass einfach auch mal Cup komplett beschissen laufen kann, dass vieles falsch laufen kann, vieles was man beeinflussen hätte können, vieles was man auch nicht beeinflussen konnte. Ich habe sehr viel davor gearbeitet und war deswegen schon sehr, sehr tot an dem Tag, hatte keine Konzentration mehr, aber ich wollte trotzdem auch mal zeigen, was da alles so passieren kann. Es war trotzdem ein super witziger Cup, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe euch gefällt trotzdem das Video, obwohl es jetzt kein insanees Gameplay ist. Wenn euch diese Art von Content gefällt, lasst doch mal gerne ein Abo auf diesem Kanal, da würde mich sehr supporten. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch mein Creator-Gut Johnsy im Itemshop eintragen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfahrt! Ja! Oh! Oh! Gete Wie? 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 Nur er hat irgendwie... Nur er hat irgendwie 10 Dinger, wo ist der hin? 2 Sekunden später 60 Wollt, Digger, jetzt komm mal her, Junge! Hä? Will er mich verarschen? Er hat sich so aufs genommen Ja, wo ist er denn? Er ist weiter nach links gelaufen, zum Gölfer Digger, er ist auch gelaufen und gelaufen, Junge! Gibt's ja nicht, ne? Ja 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 Jetzt Ja Jonas, du bist ja Student, ne? Mhm. Du bist ja Student, ne? Ja. Und du bist ja arm, demnächst, weil du Student bist, richtig? Ja. Bist du dann eine arme Thürstchen? Ja, tatsächlich. Ey, du bist krass. Digga, du wolltest mich so ablenken während dem Fall, Digga. Jetzt geht das nicht. Jörgjörg. Der Team springt über die Box rein und du springst mich über irgendwas im Arm, bis die Würstchen, Digga, ich dreh durch. Die sind geil. Hast du nur ne Payboard kurz? Schade, don't know all. Äh, ich hab nen getötet, sorry. Er hat ne goldene Striker für mich gehabt. Ja, damals hättest du noch. Ja, damals hättest du noch. Als Mod so was abgeziehen, ganz unangenehm. Ja,pool- Also geht es weiter mit 15 Unfall. Tschüss. Ja,ชlar mit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020